Unsere Zuschauer, das ist opportunistisches Pack. Die wollen sich nicht minderwertig fühlen, weil sie keine klugen Bücher lesen. Die wollen Titten sehen und wissen, wie man Steuern spart. Das ist das wahre Leben für sie. Okay, und wäre es dann nicht vielleicht an der Zeit, dass Sie mal jemand von dieser Wahnvorstellung befreit haben? Ja, irgendjemand bestimmt. Nur unsere Aufgabe ist es, nicht bessere Menschen zu erschaffen. Das ist Geschäft, Rainer, das ist ein Business. Ich kann diese ganze Scheiße nicht mehr hören, was? Mainstream ist immer scheiße und Qualität ist was für wenig Auserwählte oder wie das ist. Ach, Schwassen, geh mal runter auf die Straße und red mal mit den Leuten. Und du wirst sehen, kein Mensch da unten ist so blöd wie die Shows, die wir produzieren. Ja, aber dann frage ich mich schon, wer die ganzen Bretten des Biers Zillis kauft. Komm, Rainer, gib sie jetzt auf. Die Leute reagieren einfach nur auf Müll. Ja, und genau deswegen sollten wir vielleicht aufhören, sie damit zuzuscheißen. Du gibst doch deinen Kindern auch nicht ein ganzer Süßigkeiten zu fressen, oder? Ja, gut. Wenn du das jetzt noch unseren Werbepartnern klar machen könntest. Und jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten, gedenkt. Weißt du, von wem das ist? Adolf Hitler, Mein Kampf. Mein Gott, jetzt kommen wir doch nicht damit. Glaubst du an Karma, Maywald? Rainer, bitte. Ähm, jeder. Jeder hier in diesem Sinne hat ganz großen Respekt für deine Arbeit, aber... Wie scheiß auf deinen Respekt? Aber das mit deinem Drogenproblem geht so auch nicht mehr weiter. Du weißt ganz genau, dass du es nur meinem Einfluss zu verweiten... Deinem Einfluss! Das ist deinem Einfluss, das du verdankest! Das Land im Unfall keine Weitere, du bist so schattgefunden. Was dein Einfluss ist? Ihr züchtet ihr eine Horde völlig identischer Mutanten ran. Ihr zerstört eine Kultur, ihr zerstört eine Gesellschaft. Und ihr habt noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Ja, war's. Guck dich doch an, du blöder F***er! Du denkst das selber an! Du hast doch von Anfang an dabei, du! Ja, aber nicht mehr. Oh, ganzes Verpisstes, verguckst es ja schon. Lösungswort. Meine Liebe und Frauenfrühstück. Frauenfrühstück? Ich glaube, dass es ein bisschen hängt. Wir werden also hier... Entweder ich lasse mir das Fett absaugen, oder er verlässt mich. Liebeshandgriffe oder Laufhandels, das heißt... Guck dich mal an, du fette Schlampe! Du bist doch viel zu fettig! Die Titanic Show. 100 Kandidaten, ein Schiff. Wer wird die Katastrophe überleben? Die Reichen auf dem Luxusdeck? Oder die Armen, unten eingepfercht? Sehen Sie packende Action, ein Kampf ums nackte Überleben und romantische Liebesmomente. Big Brother war gestern, jetzt kommt... Guck dich mal an! .. UNTERTITELUNG Was ist denn hier los?